Ja, herzlich willkommen Leute, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ziemlich überrascht sein vom Titel und ja, es ist eine andere Art von Video diesmal und heute geht es mal um etwas komplett anderes und zwar nicht Ernährung, sondern darum, dass ich aus Deutschland auswandern möchte. Das ist, diesen Wunsch habe ich schon seit ungefähr einem Jahr, würde ich sagen. Deswegen, da habe ich durch verschiedene Ideen oder durch verschiedene Erfahrungen, die ich gesammelt habe, bin ich auf die Idee gekommen, dass Deutschland nicht der richtige Ort für mich ist. Ja, ich werde hier allerlei Gründe nennen in diesem Video und von daher möchte ich raus aus Deutschland. Und wohin ich möchte, das sehen wir gleich. Ja, also, ja, fangen wir einfach mal direkt an und zwar der erste Grund und das ist der allergrößte, allerwichtigste Grund für mich, warum ich aus diesem Land raus will, das ist das Thema mit der Krankenversicherung. Ja, das ist der Hauptgrund, warum ich aus Deutschland raus möchte. Und zwar haben wir in Deutschland ein Krankenversicherungssystem, das das schlimmste System ist, das es gibt, ja. Es ist das unfairste System, das es gibt. Es ist ein absolut ausbeuterisches System. Und zwar haben wir hier ein System, in dem man die Gesundheit eines jeden Menschen in einen Topf wirft. Ja, jeder Mensch hat dieselbe Gesundheit in Deutschland, ja. Das bedeutet, dass wenn ein Raucher rauchen will, ja, dann raucht er und dann kriegt er Lungenkrebs und muss behandelt werden. Und diese Kosten für seine Behandlung, die bezahlst du, ja, und die bezahle ich. Ja, und zwar 0,0000001 Cent zahlst du für seine Therapie und ich. Und so zahlt jeder Mensch für die Therapie, ja, für die Krankheiten anderer Menschen. Die Menschen, die zu McDonalds gehen oder so, ja, sich das Fastfood reindrücken und dann krank werden. Für die bezahlst du, ja. Für alle Menschen, die mit Essen genießen, sich alles reinschaufen, was sie wollen und dann diese ganzen Krankheiten kriegen. Ja, wisst ihr, wir haben die höchsten Diabeteszahlen, Krebszahlen, alles was du haben willst, ja. Mehr als jeder zweite Deutsche wird in seinem Leben an Krebs erkranken, kennt ihr diese News natürlich. Und diese Behandlungen bezahlst du und bezahle ich. Und da es so ist, dass es Menschen auf diesem Planeten gibt, die wissen, woher Krankheiten kommen, ja, gibt es. Die, für die, die haben ja so gesagt die Arschkarte gezogen, ja. Das ist halt der Punkt. Und, ähm, Krankheiten fallen nicht vom Himmel, sie kommen nicht vom Alter, sie kommen nicht von den Genen, sie kommen, sie kommen nicht von der Luft, von der verschmutzen Luft. Oder Gemtrails oder alles, ja. Ja, was auch immer du dir da ausdenken willst, sie sind erarbeitet. Du musst dir jede Krankheit selbst erarbeiten, ja. Nichts, der Mensch kann keine einzige Krankheit kriegen, wenn er das Richtige macht, ja. Weil das auch keinen Sinn ergeben würde, ja. Krankheiten sind nicht normal, ja. Eine Krankheit zu entwickeln ist nicht normal. Und, ähm, halt, wie es bei mir so war, wie ihr vielleicht wisst, ja. Ich habe, glaube ich, zwei Videos, zwei alte darüber gemacht, wie sich bei mir die Gesundheit verändert hat. Ich wäre genauso geendet wie McDougal, denke ich. Ich habe schon Herzprobleme gekriegt, ja. Ich habe hier so ein, ist das Blut so durch die Gefäße gegangen beim Herzen, ja. Und so ein richtiges Reiben gab es da. Manchmal ein richtig mieses Gefühl. Ich hatte Herzstolperer, also ich hatte meine Herzprobleme, ne. Durch das Cholesterin, was ich gegessen habe, habe. Ich hatte, ähm, arteriotischen Plagg, ja. In den Waden. Ich konnte manchmal beim Berg hochgehen, musste ich anhalten, weil ich nicht mehr gehen konnte. Weil meine Waden völlig zu waren. Ja, vielleicht kennt das jemand von euch. Ist eigentlich auch eine ziemlich bekannte Krankheit. Und, ja, wie gesagt, diese ganzen gesundheitlichen Probleme, die ich hatte, ja. Fünfmal im Jahr bin ich krank geworden. Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, immer wann ich krank geworden bin. Deswegen weiß ich das so genau. Und es, mit der Ernährungsumstellung ist alles weggegangen, ja. Hat sich alles komplett aufgelöst. Herzprobleme haben sich aufgelöst. Nie mehr Probleme in den Waden. Weil, wie gesagt, diese, ähm, diese Plagg in den Gefäßen, den kann man rückgängig machen, ja. Mit der richtigen Ernährung. Und von daher, wie gesagt, ne. Bin ich alle meine Krankheiten losgeworden. Ja, wie gesagt, habe ich schon zwei Videos drüber gemacht. Und, das ist das Problem, nun mal, dass Leute, dass dieses Gesundheitssystem halt so funktioniert, dass Leute, die nicht krank werden, die gesund sind, die haben Pech gehabt, ja. Die haben einfach nur Pech gehabt. Ähm, die Kosten für Krankenversicherungen, Krankenversicherungen sind so extrem hoch. Also, wenn du Selbstständiger bist, zahlst du direkt erstmal 400 Euro, ja. Minimum, ja. Das ist der, der, äh, der allerniedrigste Betrag. Und, ähm, kann man in Foren lesen von diesen ganzen Versicherungsfirmen, dass, äh, da Leute auch, gibt die 800 Euro zahlen Krankenversicherung, ja. Also, von daher, damit kann ich nicht leben. Ja, damit kann ich nicht leben. Und diese, äh, man kriegt dann immer so Zettel, so einmal im Halbjahr oder so. Und dann steht da drauf, ihr Betrag erhöht sich, ja. Weil der erhöht sich ja immer weiter. Weil wir, wie gesagt, die krankesten Menschen haben, ja. Ja, die es gibt. Und der wird sich auch immer weiter erhöhen. Weil, äh, da ist keine Besserung in Sicht. Weil die Konzerne, ja, die waschen die Gehirne der Menschen so, äh, dass sie, wie gesagt, Fastfood, es kommen neue Fastfood-Ketten nach Deutschland und so. Da sieht man, dass alles, ähm, ja, nicht besser wird, sagen wir mal so, ne. Und das ist halt das Problem. Und wenn man sich überlegt, man zahlt 400 Euro im Monat Krankenversicherung. Wenn ihr angestellt seid, übernimmt ja die Hälfte, äh, eure Firma. Aber überlegt mal, wenn die Firma das nicht übernehmen würde, ja. Da habt ihr den Gesamtbetrag, den ihr so gesagt zahlt. Und, ähm, also müsst ihr mal zwei rechnen. Das, was ihr zahlt, mal zwei, ja. Für Selbstständige, da wisst ihr Bescheid. Und damit kann ich nicht leben, ja. Und damit will ich nicht leben, mit diesen absolut horrenden Preisen, ja. Ähm, der Punkt ist halt, wofür bezahlst du die, ja. Du spülst das Geld im Klo runter jeden Monat, weil du kriegst nichts dafür. Und das ist halt der Punkt, ja. Du zahlst jeden Monat 400 Euro in die Krankenversicherung. Für was? Für was zahlst du es? Jetzt überleg mal, 400 Euro pro Monat, sagen wir, du bist die nächsten 10 Jahre kerngesund, ja. Oder vielleicht sogar immer kerngesund, ja. Für den Rest der Zeit, weil, wie gesagt, Krankheiten kommen nicht aus Langeweile, ja. Und so wirst du dein ganzes Leben lang zahlen. Das sind ja Unmengen, das sind ja über sechsstellige Beträge, die du da zahlst. Für was? Ja. Du zahlst die für die Krankheit anderer Menschen, ja. Und das ist halt so ein extrem unfaires und dreckiges Drecksystem, das einfach wirklich nicht zu ertragen ist. Und, ähm, da gibt es halt Länder, so wie Russland zum Beispiel. Wie läuft es da ab? Da läuft es fair ab. Fair ab, davor sagt schon meine Stimme. Und wie funktioniert fair? Fair funktioniert, äh, da gibt es keine Krankenversicherung. Wenn du krank bist, dann gehst du zum Arzt und bezahlst das, was du in Anspruch nimmst. Das ist fair. Ja, das ist ein faires System. Die Leute, die rauchen, ja, Fastfood essen, das essen, was sie wollen, ja, immer genießen, immer haben maximale Geschmacksbefriedigung. Und dann krank werden, ja, ihre Autoimmunerkrankungen kriegen, Diabetes kriegen. Die bezahlen auch dafür, ja, und nicht die Leute, die damit nichts zu tun haben, ja. Aber in Deutschland ist das System halt so aufgebaut, dass die Leute, die gesund sind, ja, dieser winzige Teil in der Bevölkerung, ja, die haben Pech gehabt. Die haben einfach Pech gehabt, ja. Und das ist das Krankenversicherungssystem in Deutschland. Von daher, äh, ja, ist das der Hauptgrund, wie gesagt. Dieses Geld will ich nicht mehr im Klo runterspülen und, ähm, ja, will ich einfach nicht machen. Und das ist der Hauptgrund, warum ich aus diesem Land raus will, weil das ist einfach nur der absolute Witz, was da einem für Abzüge gemacht werden. Und, ähm, ja, wie gesagt, ja, ich will die Krankheit anderer Menschen nicht bezahlen, ja, will ich nicht bezahlen, weil ich damit nichts zu tun habe. Und ich weiß, warum die Menschen diese Krankheiten haben und deswegen will ich nicht, will ich diese Kosten nicht tragen, ja. Ich will nicht mit der Gesundheit aller anderen Menschen in einen Korb geworfen werden. Das ist einfach so drecksunfair, das ist einfach nur unfassbar. Okay, gehen wir weiter. Dann der zweite Punkt. Das ist kurz der Punkt, äh, die Politik im Land. Klar, die Politik ist eigentlich überall gleich, ja, da kann man eigentlich nichts machen. Äh, ich werde mich da auch nicht weiter zu äußern, ja, was für eine Stellung ich, welche Partei ich, für welche Partei ich bin oder so. Spielt alles keine Rolle. Ich finde die Politik hier absolut hundsmiserabel, ja. Ich switch mal kurz auf den Desktop. Dann gibt es dann solche Sachen hier, ja, die ein Verbrechen an der Menschheit sind, ja. Das ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, Kindergärten werden mit Milch beliefert. Es wird immer den Leuten erzählt, sie sollen Milch trinken, ja. Und dann, wenn man sowas hier sieht, das tut einem einfach nur im Herzen weh, ja, dass die Menschen so vergiftet werden, ja, von der ersten Sekunde und kriegen dann ihre Autoimmunerkrankungen und wissen nicht, woher das kommt. Und die Familie zerbricht daran und Krebserkrankungen, Diabetes, kriegst du alles davon, ja. Ja, also, wie ihr wisst, wenn ihr meine Abonnenten seid und von daher, naja, aber dagegen kann man nichts machen. Das ist ja nun mal so, wie das System läuft, ja. Die Milchindustrie hat es halt geschafft, ganz nach oben und, ja, macht ihre Milliardengewinne mit ihrem Gift und dagegen kann man auch nichts machen. Aber, ne, so viel wollte ich dazu sagen, das ist das, ähm, dieses, ähm, diese Förderprogramme zum Beispiel für mich und so, das wird von deinen Steuern bezahlt. Du bezahlst jeden Monat mit deinen Steuern, damit so etwas finanziert wird, ja. Ähm, dagegen kann man nichts machen. Steuern sind Traub, ja, anders ausgedrückt. Von daher, das wollte ich auch nur ganz kurz zu, dazu sagen. Dann der nächste Punkt, ähm, in Deutschland richtet man sich gegen Selbstständigkeit, ja. Man richtet sich für Abhängigkeiten, ja, wie ich das schon mal in einem, ich glaube, in einem Heiraten-Video erklärt habe. Zum Beispiel, wenn du heiratest, kriegst du Vorteile, ja, steuerliche Vorteile. Wenn du Kinder hast, kriegst du steuerliche Vorteile. Was ist heiraten? Heiraten ist eine Abhängigkeit. Kinder sind eine Abhängigkeit. Du sollst ein Haus, äh, einen Kredit aufnehmen für ein Haus. So macht man das nun mal, ja. Und was ist das? Das ist eine Abhängigkeit. Je mehr Abhängigkeiten du eingehst, desto mehr wirst du gefördert. Es wird auch überall beworben, ja, jetzt, ähm, kauft euch ein Haus auf Kredit, ja, ein Auto oder sowas. Äh, macht eine Familie, heiratet und so. Wird mit schönen Bildern geworben und sowas, wie gesagt, ne. Ja, und der Mensch soll in einer Firma arbeiten. Da ist eine Firma, die zum Beispiel Autos herstellt, herstellt. Du sollst in dieser Firma arbeiten. Das ist der Sinn, ja, des Menschen in Deutschlands. Ähm, Deutschland richtet sich meiner Meinung nach gegen Selbstständigkeit, ja. Das sieht man daran, dass man zum Beispiel seine Krankenversicherung komplett bezahlen muss, ja. Du kriegst, äh, keine Steuervorteile oder sowas, ja. Du, wie gesagt, ja, es ist alles dagegen, es ist alles dafür gemacht, damit du in Abhängigkeiten gehst, ja. Du sollst nicht dein eigenes Ding machen. Du sollst abhängig sein von Firmen und von Krediten und von Verträgen, verschiedenen, ja, Heiratsverträge und so weiter. Und, ähm, ja, das ist natürlich wieder komplett gegen mich, ja. Für Leute, die sich nicht in Abhängigkeiten begeben, ist das natürlich wieder, wie gesagt, ne. Schon der zweite Punkt, wo sich das Land ganz genau gegen diese Art von Menschen wehrt, ja. Und deswegen, ja, habe ich hier nichts verloren. Dann, äh, der nächste Punkt, das hat mal ein YouTuber gesagt, das fand ich aber auch ziemlich passend und dachte mir so, hm, der hat eigentlich absolut recht. Und zwar der Punkt mit dem Klima, ja, in Deutschland, äh, Deutschland ist nicht zum Leben gemacht, ja. Hier ist es zu kalt, deswegen ist es hier nicht zum Leben gemacht. Deswegen, äh, ist es auch so, dass ich im Winter zum Beispiel, äh, für mich werden die Winter immer schwerer, ja. Ja, die werden immer unerträglicher, vor allem, wenn man kein Körperfett mit sich rumträgt, ja. Ähm, dann friert man ganz bitter im Winter. Ich kann die Heizung nur auf eins oder zwei drehen. Äh, ich kann die nicht wirklich so hoch drehen, dass es hier wirklich warm im Zimmer ist, weil dann gehen meine Augen kaputt, ja. Meine Augen trocknen so extrem aus und werden rot und so. Und, ähm, ja, ich kann die Heizung halt nicht wirklich aufdrehen. Ich stehe hier, ja, wirklich, ja, Unterhemd, T-Shirt, Pulli drüber, Hose, Socken, dicke Socken drüber, alles Mögliche. Und trotzdem friere ich mir so den Arsch ab und es wird von Winter zu Winter schlimmer. Und, ähm, ja, daran sieht man, dieses Land ist nicht zum Leben gemacht, ja. Dafür ist es nicht gemacht. Deswegen sollte man in eine Äquatornähe ziehen, ja, da, wo es warm ist. Da ist wirklich, äh, sind die Temperaturen so, wie es für den Menschen richtig ist, ja. Ja, so, von daher ist das, äh, Punkt Klima. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Punkt, wohin möchte ich, ja. Äh, äh, ich, äh, habe mich beschäftigt. Ah ja, was ich noch, äh, erwähnen musste. Ich habe mich, ähm, beschäftigt mit diesem Ausziehen und habe festgestellt, du kannst nicht in irgendein Land ziehen, dass du Lust hast, das außerhalb der EU liegt, ja. Wenn du in der EU lebst, lebst, kannst du eigentlich auch nur in der EU irgendwo hinziehen. Ja, ich wollte zuerst nach Thailand zum Beispiel. Thailand ist nicht EU. Du kannst nicht einfach so nach Thailand gehen und dort leben. Geht nicht. Du musst bestimmte, äh, Bedingungen erfüllen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, 100.000 Euro auf dem Konto haben. Oder, äh, eine Thai-Frau heiraten. Solche Sachen, ja. Ja, du kannst nicht einfach so in ein Land gehen und dort leben, wenn es nicht EU ist. Von daher, daher muss ich mich in der EU umschauen, ja, weil ich, wie gesagt, solche Bedingungen weder erfüllen kann, noch erfüllen will, ja. Ja, und da sind zwei Länder in die engere Auswahl gekommen und das ist Kroatien und Portugal. Und es gab irgendwelche Gründe, ich bin mir nicht mehr sicher, aber es ist, äh, wohl alles deutet auf Portugal hin, ja. Ja, ich zeige euch hier mal ein bisschen was und zwar liegt hier Portugal, ja, ist in Äquatornähe und zwar will ich in Portugal in die Algavre. Die ist hier unten, das ist die Algavre in Portugal und, ähm, ja, Portugal hat die meisten Sonnenstunden Europas, ja, also da scheint die Sonne. Ich, äh, gebe bei Wetter immer Portugal oder Algavre gebe ich immer ein und, äh, da gibt es so, so gesagt fast keine Wolken, ja. Da ist immer Sonne einfach, ja, dann fällt auch die Sache mit den Vitamin-D-Tabletten weg zum Beispiel, ne. Und, ähm, ja, weil, wie gesagt, das Leben, das Land ist zum Leben gemacht, ja. Und, ja, Portugal habe ich mir ausgesucht, Kroatien ist hier, ja. Und, ähm, wie gesagt, ein paar Punkte haben auf Portugal hingedeutet und Algavre ist das hier, das ist die Algavre. Mein Lebenstraum ist einmal hier im Sand zu liegen, hier in diesem Punkt, in dieser Höhle, ja, das ist, äh, ja, ein absoluter Traum. Das ist die Algavre, so sieht die aus, ist so, ne, am Meer halt. Und, ähm, ja, ähm, was wollte ich euch noch zeigen, genau, hier ist der Kriminalitätsindex der Welt, ähm, Deutschland hat 32, also je höher die Zahl umso schlechter, je niedriger umso besser, äh, Portugal hat ungefähr denselben, ja. Ja, Thailand hat einen ziemlich hohen Kriminalitätsindex und, ähm, ja, Kroatien hat auch einen ziemlich niedrigen, noch niedriger als Deutschland. Also, so, von daher passt das auch, ja, und wenn wir uns, das ist halt auch eine der Hauptgründe, warum ich, äh, nach Portugal will, weil da alles günstiger ist, ja, in Portugal. Wenn man in Portugal für 2.293 lebt, ja, und genau den gleichen Standard in Köln haben möchte, dann braucht man ungefähr 1.000 Euro mehr, ja. Und hier sind dann nochmal die Unterschiede aufgeführt, Algavre gegen Köln, ja, also die Konsumerpreise sind 18% niedriger, ähm, die Mietpreise sind 54% niedriger, Restaurantpreise 30%, äh, Lebensmittel 15% und Energie 50% niedriger, es ist, wie gesagt, alles billiger dort und die Sache mit der Krankenversicherung ist dort auch so, dass du, also ich habe da verschiedene Angaben gelesen, das ist wohl so wie in Thailand, du zahlst etwa 40 Euro im Monat, ja, mit sowas kann ich leben, ja, mit 400 Euro kann ich nicht leben, ja, auch wenn, wie gesagt, das ist eigentlich dasselbe System ist, ja, du zahlst auch für die Krankheit anderer Menschen, und, ähm, von daher, äh, andere Angaben waren da, ja, kommt eigentlich aufs selbe raus, die zahlen so 550 Euro im Jahr, Krankenversicherung, und damit kann man absolut leben, ja, von daher, dass dieser Punkt dazu, und, ähm, ja, so viel kann ich euch dazu sagen, es ist ziemlich dunkel, ich kann mal kurz gucken, ob ich das kurz fixen kann, genau, und, ähm, ja, Leute, das ist meine Meinung dazu, ja, ich möchte auswandern aus Deutschland, ich will aus diesem Land raus, ich will in ein Land, wo die Krankenversicherung nicht so horrend hoch ist, wo Sonne ist, wo das Meer ist, ja, ich will ans Meer, ich will schwimmen, ja, im Meer, und, ähm, der Mensch sollte eigentlich am Meer leben, von, von seinen natürlichen Ursprungen her, und in Äquatornähe, Sonne ohne Ende, kriegt man dann auch endlich mal Farbe, und, ähm, ja, von daher, Leute, wo ist jetzt das Problem an der ganzen Sache? Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich, äh, niemanden habe, der mit mir nach Portugal oder Kroatien oder sowas geht, ja, ich würde auch in ein anderes Land gehen, ganz klar, aber könnt ihr mal schreiben, was ihr für Ideen habt oder so, wenn ihr auch auswandern möchtet, ja, ihr könnt mir schreiben, ihr könnt mir eure Geschichte schreiben, warum ihr denkt, dass ihr vielleicht mit mir auswandern möchtet, ja, weil, wie gesagt, ich will das nicht alleine machen, ich will das deswegen nicht alleine machen, weil ich, äh, ja, man kann sagen, Angst habe, ja, falls irgendwas passiert, dass, äh, dass wenigstens eine zweite Person ist, ja, sagen wir, man zieht nach Portugal, äh, zu zweit, und es passiert irgendwas, oder jeder, irgendjemand hat keinen Zugriff auf sein Geld oder was auch immer, dann, ähm, kann, kann er so gesagt wenigstens noch bei der zweiten Person wohnen und ist nicht obdachlos dann oder sowas, versteht ihr, also deswegen will ich da nicht allein hingehen, weil, äh, ist mir zu unsicher, ist mir einfach zu unsicher. Von daher, ja, wäre das so meine Idee, wie gesagt, wer ausziehen will, wer zum Beispiel in Portugal einen Job schon hat, einen festen Job, ja, oder wie gesagt, online Geld verdient, ich verdiene mein Geld online, deswegen bin ich nicht gebunden an einen Standort, ich kann überall auf der Welt hin, wo ich möchte, von daher, ähm, ergibt sich das sehr gut, aus diesem Land auszuwandern, es gibt hier, ja, Deutschland, ähm, ja, was soll ich dazu sagen, ist nicht mein Land, ja, es ist hier nichts, was irgendwie, wo ich sage, ja, ich will in Deutschland unbedingt leben, deswegen und deswegen gibt es keinen einzigen Grund dafür und von daher, ja, das ist, ähm, möchte ich raus aus Deutschland und von daher, Leute, oder ihr seid reich oder sowas, ja, oder ihr habt schon, ihr wohnt schon irgendwo da oder so, dann könnt ihr euch ja auch melden und, äh, ja, es gibt da natürlich so einen Traum, den ich, äh, wo ich wirklich eigentlich nicht verstehe, warum der nicht umsetzbar ist und zwar der Traum, dass sich alle Veganer mal, zum Beispiel die auf YouTube sich einfach mal alle zusammentun, ja, und auswandern, ja, jeder will auswandern, jeder Veganer auf YouTube will auswandern, äh, in irgendein Land, wo, wie gesagt, besseres Wetter ist, ja, wo Früchte sind und sowas, Thailand ist natürlich das beste Land überhaupt, weil das, so gesagt, das vegane Land, ja, da blüht alles und das ganze frische Obst, was es da gibt und so und am Meer und tropische Temperaturen, in Thailand gibt es keinen Winter, ja, die haben 21 Grad im Januar, glaube ich, und, ähm, aber wie gesagt, nach Thailand kann es nicht einfach so gehen, da musst du Visa-Runs machen und sowas und das ist kein Leben, äh, von daher, oder du musst da die Schule besuchen oder sowas, habe ich auch keine Lust, will ich einfach nicht machen, ja, und, ähm, ja, wer von euch wirklich Interesse hat und so, der kann mir ja mal schreiben, ja, wer auch solche Visionen hat, ja, der kann mir schreiben, vielleicht kann man sich zusammentun, ich mache das Video jetzt einfach mal, ne, es muss ja nicht, ich werde garantiert nicht morgen ausziehen und garantiert nicht in einem Monat oder so, sondern das sollte alles gut geplant sein und so und, äh, aber wie gesagt, langfristig will ich auf jeden Fall in ein anderes Land, in ein warmes Land und, ähm, ja, das war, denke ich, alles, was ich dazu sagen wollte und, ähm, ja, das war's auch schon, Leute und vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen, meldet euch, falls jemand Interesse und Möglichkeiten vor allem hat, ja, dann, ähm, meldet euch und wir sehen uns dann beim nächsten Video, was garantiert über Ernährung sein wird, okay, von daher, von daher, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, Peace. 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 Vielen Dank.